Großer Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Dschihadisten in Deutschland. In Berlin, hier Bilder aus dem Stadtteil Kreuzberg, sowie in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen gehen die Sicherheitskräfte gegen mutmaßliche Anhänger der Organisation Islamischer Staat vor. Die Ermittlungen richten sich laut Polizei gegen vier Männer aus Algerien, wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat in Deutschland. Insgesamt sind bei den Durchsuchungen mehr als 450 Polizisten im Einsatz.